Der Tiger konnte aufschreiben. Der Panzer war so wohl 45. Der Panzer hat 443. Oder 42, irgendwie sowas. 43 deuchte mir. Wie deucht es so? Mir düngt es! Nimm diesen Stich! Ich sterbe! Doch! Nicht! Ach ja! Wie geil, ich kann das Ganze freihändig machen. Kann ich mit beiden Händen am Sack spielen. Und ich schenke mir noch mal Zierwasser ein. Zierwasser? Zielwasser! Und dann wird sie wieder hübsch. Ziel, Wasser... Ist das jetzt diese Kursmärkte hier oder was? Ja! Ist es. Ja! Ja! Ne, ne, das ist Moskau, oder? Ne, ist Moskau! Ja! Ja, stimmt! Musst gar nicht das Dielen! Nächste Ortschaft, circa auf 12 Uhr. Ach, dann, Geldsruhe! Oh, man! Gesundheit! Gesundheit! Ne, vor der Brülle ist das voll geil! Guck mal, das ist doch wie Red Orchestra 1! Ja! Ob stürmt, oder schneit, auf die Sonne und Nacht! Der Tag flühen Eis, oder Eisgleich die Nacht! Verstaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, ja unser Sinn! Es braust unser Panzer im Sturm hinterhin! Es braust unser Panzer im Sturm hinterhin! Oh, Kamerleit geht rein! So, Kamerleit! Panzer halten! Ich bin gleich in die Maizeitstellung gegangen! Jawohl! Oh ja! Panzer auf 12 Uhr! Panzer 50 Meter vor! Richtschütze, Feuerkampf selbstständig aufnehmen! Ich sehe nichts! Feuerkampf selbstständig aufnehmen! Alle unterdecken! Panzer haltet! Hält! Ich sehe durch das Gras nichts! Fahr weiter! Im Kampf hat der Richtschütze ja das sagen, ne? Naja, gestützend ja! Wir sind niedriger als der Tiger! Dezent! Darum hatte der Panzer F die Optik auch schon oben... Was? Panzer halt! Panzer halt! Panzer halt, ja! Ja! Darum hatte der Panther F auch schon... ...die Optik oben auf dem Dach! Wie die Jagdpanzer! Sicht auf Tiger verloren! Höre Kampfbräuche! Rechte Seite der Straße! Ja, die sind rechts von uns auf dem Fahrt! Ja, die sind rechts von uns auf dem Fahrt! Ja, Tiger erkannt auf 3 Uhr! Turm vorne auf 12 Uhr! Straße absichern! Robert! Auf 12 Uhr! Straße absichern! Robert! Auf 12 Uhr! Straße absichern! Jetzt! Sicher! Alles easy peasy, nichts da! Kein Sichtkontakt auf Veränderung! Überhaupt nix! Es ist nur Gras! Nur Gras! Gar nichts! Palfe aber! Ah, Gras! Ich muss hier raus! Schnup daaa! Tiger sind jetzt unsere rechte Pflanze! Wir gehen sich hin weiter um die Straße um! Kann leider nicht nach links gucken! Das muss leider der Kommandant übernehmen! Weil irgend so ein Dudel die Schürzen ausgewählt hat! Ich finde der sieht zwar ohne Schürzen besser aus! Aber die Schürzen haben so einen Sinn! Ja! Tiger sind auf der Straße! Also ich... Was ist denn ein Anfall von dem da? Und wir haben es gesehen von einem linken Fahrer! Krieger folgen! Also ein Panzer war auf jeden Fall da ein feindlicher! Ich hab den gekämpft! Ja, da bin ich nämlich aufgesehen! Und der ist nämlich rechts in den Wald gefahren! Pia! Pst! 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 Ähm! Ich glaube Wispalisten müssten wir neu einstellen! Ich hab nämlich Frequenz 5 aus der einen rausgenommen! Also Frequenz 5 ist jetzt so gesehen der KGS-Channel! Und sobald man einen Channel umbenennt, muss man die Whisperlist ändern! Ähm! Für... Für... Für die Jäger... Werden wahrscheinlich die ersten vier Channel benutzt! Ja! Denn unsere Jungs und das KGS-Bomberfliegen fliegen meistens eh zusammen! Dann nutzen die den fünften Channel! Da würde ich eine andere Pustator-Kaste drauflegen! Dass man einmal die Jäger anzielt und einmal die Bomber! Ja! Beziehungsweise für die anderen beiden Spader auch! Okay! Ich kann nur eins belegen! Ich hab nur noch eine Taste frei! Ja okay! Dann musst du... Im Whispern musst du dann gezielt... Keine Ahnung... Die Nummer oder den... Personennamen... Von dem... Der in der... In dem Channel führt ansprechen! Ja! Weil ich kann ja meine Tastatur leider nicht sehen! Ja! Ah! Immer diese VR-Probleme! Der ganz schön schwer! Ja! Ich hab gerade was verpasst! Ja aber... Wir haben gerade ein wunderbares Lied geträllert! Gut, dass ich nicht dabei war! Ja! Hier im Kano! Stimmt oder schneit! Auf die Sonne! Und slacht! Ja! 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 Panzer Halt! Panzer Halt! Panzer Halt! Panzer Halt! Simon? Ja! Fliegen Sie noch Kota? Ne, ich flieg heute nicht mehr! Also... Ausflug mache ich nicht mehr! Wir haben schon 10 vor 11! Okay! Panzer weiter! Panzer Marsch! Ja! Danke, dass Sie kommen und dann auch noch was zu sagen! Panzer Marsch! Schaden verlaufen! Selbst wenn Sie nicht holen! Häng dich an den Siegerrand! Bääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Meldung, ich bin vor. Ja, aber als Panzer Halt war, waren wir schon in der Kuhle drin. Turm auf, 1 Uhr ausrichten. Da ist der Kopf. Macht nichts. Echt mal, Kopf, geh weg. Arbeite mit Köpfchen. Gleich nicht mehr. Voll unfair. Ich sitze hier unten mit dem Panzer drin, kann ich rausgucken beim Fahren? Ich habe nur so ein 7x, ja 22cm breites Sichtfeld. Der Tiger hat eingehalten. Links in den Tiger halten. Wo Panzer? Alex, es zähle ich mal. Geht mal ganz kurz in die Tastenbelegung. Ja, Robert, nicht bewegen, weil wenn du dich bewegst, bewege ich mich auch im Turm. Und dann kann ich mich nicht sehen, weil ich mal hier reinziehe. Jo. Oh, es gibt keine Taste für die Bremse. Fahrer, Tiger folgen, ich schütze hier auf 11 Uhr. Ja, sobald ich mit der Einstellung... Auf 11 Uhr. Ja, links, rechts, rechts, rechts. Wo soll ich hin? Tiger folgen. Wo ist der? Rechts. 1 Uhr positioniert. Oh, die sitzen auch mit... Ah ne, der kann auch den Kaller. Links zum Tiger ansetzen, dann Panzer Halt, Windschütze, Feuerkampf setzen und ich aufnehme. Habt ihr Sichtkontakt auf Feind? Kommandant, Fernglas, bisher negativ. Warum soll ich dann aufnehmen, wenn ich nichts sehe? Ich sehe auch nichts. Schütze auf 11 Uhr ausrichten, Feind wird vermutet, aufgrund vom Krieger, auf 11 Uhr Position. Warte halt. Links, auf 11 Uhr ausrichten, jetzt. Nichts doch. Dann 10... Nein, mehr 11 Uhr, 10 Uhr dann. Links. Da brennt was. Genau. Kannst du anvisieren. Alter. Aber nicht. Ich gerne nennen. Absuchen. Fieger sucht auch wieder. Da sind zwei Kirchtürme auf 10 Uhr ungefähr. Viktor, Emil, Sicht auf die Kirchtürme. Kriegsschütze, bleib einfach auf der 10 Uhr, bis zum Zug. Gut, jetzt übernehmen wir mal die Führung. Panther, marsch zurück auf die Straße. We are storming village. Okay. Auf, auf und zum stormy stormcastle. Und ihre offizielle Meinung zu diesem Thema? Nein. Äh. 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 Computer, sag nein. Ich mag Züge. Oh Gott. Nur du, ich und der Mond. Äh. Geh ran, alter. Mie, 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 mie. Kriegsschütze selbstständig zwischen 10 Uhr und 2 Uhr. Ziele absuchen. Curling, cacaling, 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 cacala. Meldung, zwei, zwei, drei, Aufficke. Da können auch Pucks stehen, ne? Die machen Aua. Ja. Die ist uns bewusst, wir wollen aber sicher wegkommen. Und wieder. Ob doch schon drei zu Hause rumliegen. Guck mal, das ist unser nächster Cap-Punkt. Weil wir den ersten verpasst haben, können wir den nicht einlernen. Panzer, Halt! 10 Uhr ausrichten! Richtschütze, 10 Uhr! 10 Uhr, nach links! Nach 10 Uhr! Was ist da? Das ist eine Stellung! Nach links! Noch weiter! Ja, verdammt! Ja, nach links, links, links! Links! Richter aus! Richter aus! Bis sie Stoppsage gibt! Kommt schon! Das ist eine eigene Flagg. Abschießen, Feuer frei! Er schießt! Er schießt! Die Verantwortung! Aufstrichten auf 12 Uhr! Oh, scheiße! Vater, Bahn, Marsch! Selbstständig, Klasenverlauf voll! Du bist blöd! Die sind eigentlich nicht da unten, die Leute hier. Ich sag, Robert, ich hab den Ketten unten, du warst das. Und ich sagte noch, das ist eine eigene Flagg. Ja, du weißt, wie es ein Spiel ist. Manchmal haben die irgendwas erobert worden. Nein! Ah, ich hab gestern deine Mutti erobert, so! Ja, ist klar! Deine hab ich noch nicht aus dem Sack gelassen. Achso, deine ist bei mir noch im Keller. Panzer, Halt! Richtschützer, Abschiebung auf 12 Uhr. Ich hab mein Treffen. Oh, Rising Storm, die... Wir haben Luftalarm, wir haben Luftalarm! Jäger, auf 3 Uhr! Luftalarm, Jäger, auf 3 Uhr! Jäger, auf 2 Uhr, hoch! Oh, oh, lass uns nicht... Oh, oh, oh! Marsch, 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 Marsch! Panzer, Marsch! Geh! Vollgas! Ich bin verwundet! Ich auch! Ich auch! Was ist das? Das ist eine scheiß Sturm. Nein, das Bier ist gegangen! Ausrichten auf 12 Uhr, Richtschütze! Ausrichten auf 12 Uhr! Nee, was war das jetzt? Hast du einen Richtwinkel? Panzer auf 12 Uhr, Panzer, Halt! Ausrichten auf 12 Uhr! Richtschütze, Feuer frei! Hilfe, wo sind wir? Vollgas, Feuer! Rende ihn mit dem MG, jawohl! Schieß ihm einfach auf die... Schieß ihm einfach auf die Flur, genau! Das ist Feuer, Feuer, markier ihn! Was war eine HE? Nein, nur das nicht. Panzer, Karate, 39 laden, Feuer, Feuer, Feuer! Ist das ein KV? Der ist weg. Panzer, Marsch! Flugzeug im Anflug! Panzer, Marsch! Aus welcher... Zwei Flugzeuge, rechte Seite! Das Getriebe klingt nicht mehr ganz so gut. Macht nichts. Ausrichten auf 12 Uhr, Richtschütze! Auf 12 Uhr ausrichten! Okay. Wir werden nur schauen, dass wir zwischen den Häusern entdecken und gehen vor den Flugzeugen sind. Guck mal, da ist so eine Fahne! Oh, da flug gerade irgendwas mit dem Flugzeugen. Ich suche gerade die Tasten, wo ich nachlade. Lade nach! Fahrer, an den Bäumen unterziehen! Ein bisschen mehr nach links halten, Fahrer! Da ist ein Baum! Ja, genau, das liegt! Ein, zwei, drei, drei! Fährt ihr alle in einem? Ja! Oh! Panzer, Halt! Flugzeug suchen! MG, Dennis, Feuer frei! Feuer frei! 12 Uhr! Richtschütze, Feuer frei! Du hast das schon mal gemacht! Panzer, noch mal nach rechts drehen, damit ich mitschießen kann! Fahrer, nach rechts drehen! Stopp, stopp! Äh! Hohoho, schieß, 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 schieß! Scheiße, komm ich nicht hin! Position korrumpiert, Panzer marsch, feuert! Richtschütze, auf 12 Uhr ausrichten! Absuchen zwischen 10 und 2 Uhr! Alter, dreht sich das Rohr langsam! Warte, du musst kurz! Nächstes Flugzeug, auf 12 Uhr, mittlere Distanz! Von rechts, nach links! Keine Sichtkünfte ab! Der kommt gleich da, hinter den Bäumen! Richtung Kirch, dann geht der! Versuche, das Flugzeug abzuschießen! Nicht auf die Distanz! Lass mir näher kommen! Er raucht schon! Er kommt! Der raucht nicht! Der stinkt nur, das ist Abgas! Hans, da ein bisschen nach links drehen, damit ich mitschießen kann! Ja, geil! Es gibt übrigens keinen größeren Fehler, den man machen kann, als versuchen, mit dem Panzer auf Flugzeuge zu schießen! Man trifft nicht! Oh, Robert hat schon getroffen, hat schon Flugzeug abgeschossen müssen! Ja, okay, Bruder! Panzer vorwärts Marsch! Ja, aber nicht auf die Distanz! Ja, aber nicht auf die Geschwindigkeit! Links ist die Flagge, die Kolscheristen-Flagge! Wollen wir da hin? Ja! Können wir nicht einnehmen, weil wir die anderen Punkte noch nicht angenommen haben! Alter! Ja! Ja! Wegen wem, wessen Verschulden ist das? Oh Mann, dann plötzlich! Ich bin nur Fahrer, ich befolge Befehle vielleicht! Panzer Marsch! Tieflieger Angriff! Panzer Marsch! Linke zu füllen! Nimm das jemand auf? Ja, leider! Läuft, da ist ein Haus! Tauen! Wollte noch nicht gesagt, dass ich drehen soll! Wollte nur fahren! Wo ist denn bloß der Tiger? Wollte rechts gerade! Rechts! Rechts! Und wieder rechts! Ja! Mach mal zu füllen, dann! Du meinst die, die wir gerade entweihen mit unserem NGs? Ja! Ist doch nur... Das ist nicht heidnisches! Vollkommen egal! Oh! Wir haben die Höchststil! Die kommen in so einen Winkel drauf, da komme ich nicht hin! Panzer rechts! Vollgas rechts! Vollgas rechts! Kann ich nicht! Inwieher kann ich mich drehen oder Vollgas! Ja! Panzer alt! Panzer alt! Ausrichten! Das ist egal, wo wir sind, du sollst dich auch rein, nur ausrichten! Ich hab hier... Wo ist ein Uhr? Rechts, rechts, rechts! Achso! Wanne rechts! Wanne, halt! Turm rechts! Halt! Da ist er! Links, links, links! Turm links! Lass ihn durchkommen! Wo sei denn? Hinter dem Haus, hinter dem Haus! Geh doch hinter dem Haus! Ah, verdammt! Nachladen! Richtschütze, Schuss halten! Fahrer vorwärts! Wir überraschen ihn jetzt! Panzer, halt! Da ist er! Richtschütze, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Richtschütze, Feuer! 434! Geh, vorwärts, Marsch! Bisschen nach links drehen, bitte! Panzer, halt! Jetzt holt man mit dem Vorfahren! Zielen, zielen, zielen! Er brennt! Du hast ihn erwischt! Panzer, vorwärts, Marsch! Panzer, vorwärts, Marsch! Gib ihm den Rest! Schön von hinten! Gib ihm den einen von hinten! Schuss sparen, von hinten platt machen! Oder von der Seite, Feuer! Der ist Asche! Munitionssparen! Ab zur Kirche! Ja, ich will mir das auch mal angucken jetzt! Der schießt noch! Nein! Nicht der! Nein! Einfach ab! Wo ist der andere? Keine Sicht drauf! Der schießt noch! Bewegung, Bewegung! Nein, negativ! Der ist weg! Der ist weg! So, zurück zur Kirche! Flugzeug da oben! Dennis, immer Feuer frei, wenn du einen Winkel hast! Immer Feuer frei, Dennis! Ja, ich mach ihn, aber zu schnell! Ja! Bei mir hat er gerade dreimal noch geschossen! Ich glaube, wir haben noch einen anderen Panzer gegeben! Nein, der Kanonenrohr hat gezuckt! Und dabei ist er doch auch gerade rausgekommen! Richtig eine Feueranimation! Aber nicht in unsere Richtung irgendwie! Nee, nicht in unsere Richtung! Aber er hat gefeuert! Flugzeug auf 11 Uhr! Auf 11 Uhr! Ja, gewinnt sich von 11 nach 10! Mensch, das funktioniert ja wunderbar mit uns hier, oder? Absolut! Viel Potenzial da! Ja! Jetzt müssen wir noch Stucker-Formation nochmal üben und dann geht's los hier, ne? Beziehungsweise die Händsche werde ich euch noch beibringen! Au! 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 Alle Mann in Ordnung? Ja! Naja! Fahr mal rechtsrand vorbei, ne? Ja! Oh! Oh, come on! Gut! Und? Zweiter Eindruck? Also super geil! Macht Spaß, ne? Ja! Total! Also eine neue Erfahrung auf jeden Fall! Wenn Kalle die Flagge eingenommen hätte... Die Stadt! Und die Flagge nicht abschießen lassen hätte! Fahrer vorwärts marschen und auch in Staten schießen bleiben! Kürzt sie sich runden! Kann ich nicht! Ja, ich guck grad raus! Kann bitte jemand aufhören, die Schürze durch mein Gesicht zu drücken? Das war die Runde! Das war die Runde! Runde endet! Wunderbar! Und wer von uns hat den Kill gekriegt? Äh... Anscheinend keiner, oder? Ja... ... Ja... Runde...